Herzlich Willkommen zum Prospekte Angebote de Kanal. Vergessen Sie nicht das Video zu mögen und den Kanal zu abonnieren. 500 Gramm Hähnchen Rollbraten 5,49 Euro, Schweinerückenbraten Kilogramm Preis 5,24 Euro, 800 Gramm Hähnchen Hackfleisch 4,79 Euro, 2 Kilogramm Orangen 2,79 Euro, 1 Kilogramm Grüne Äpfel 1,69 Euro, 1 Kilogramm Kaki, Cheron 1,69 Euro, 750 Gramm Zitronen 1,29 Euro, Saupike Thunfischfilets 3,99 Euro, Coca-Cola, Fanta, Mezzo Mix 1,29 Euro, W5 Geschirrreiniger Taps Classic Power 2,24 Euro, Dallmayr Doro Ganze Bohnen 10,99 Euro, Ariel Waschmittel 15,49 Euro, Harvest Basket Superfeine Pommes 1,59 Euro, Kerrygold irischer Käse 2,99 Euro, Sanella Margarine 1,39 Euro, 580 Gramm Schweinefilet 5,22 Euro, Fanny Frisch Kessel Chips 1,19 Euro, Aala Caregarden 1,59 Euro, Vitador Reines Sonnenblumenöl 1,35 Euro, Sensor Seifenspender 12,99 Euro, Livano Home Teleskop Badregal 19,99 Euro, Livano Home Badematte 9,99 Euro, Kosmetikeimer 9,99 Euro, Brause Set 39,99 Euro, Bad Sortiment 4,99 Euro, LED WC Licht 4,99 Euro, WC Garnitur 7,99 Euro, Braun Elektrorasierer 79,99 Euro, Philips Lang, Kurzhaartrimmer 14,99 Euro, Silver Crest Handdampfreiniger 29,99 Euro, Lupilu Weihnachtspyjama 4,99 Euro, 2 Paar Thermo Weihnachtssocken 2,99 Euro, Lupilu Baby Plüschanzug 4,99 Euro, Livagi Esmara Weihnachtspyjama 12,99 Euro, Livagi Weihnachtssocken 3,99 Euro, Livano Home Kuscheldecke 14,99 Euro, Esmara Weihnachtskardigan 12,99 Euro, Weihnachtslaggings 8,99 Euro, Weihnachtsstrickkleid 12,99 Euro, Drei Boxer 7,99 Euro, Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat und ihr uns auch in Zukunft unterstützt. Um nichts zu verpassen, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr es mit einem Daumen nach oben markiert und mit euren Freunden teilt. Auf diese Weise können wir noch mehr Menschen erreichen und unsere Community vergrößern. Wir freuen uns auch immer über eure Kommentare und Feedback. Lasst uns gerne wissen, was euch gefällt und was wir noch verbessern können. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.